Hallo liebe Leser des Linus Magazins, hier ist wieder Michael Schilli mit dem Programmier-Snapshot-Ausgabe Dezember 2021 und da schauen wir uns an, wie wir mit Go und dem Fine Framework ein Spiel programmieren, ein Videospiel, ein 2D-Spiel, so ganz einfach, aber es illustriert so ein bisschen die Konzepte, die hinter sowas stecken. Und zwar geht es hier um eine Bogenlampe, ein Schuss beim Fußball, bei dem der Stürmer sieht, dass der Torwart so weit aus dem Kasten raus ist und den Ball drüberlüpft, sodass der langsam reinkullert. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch in Code gießen. Und wie immer im Programmier-Snapshot sind die Listings frei verfügbar. Unter diesem Link könnt ihr sie herunterladen und mitverfolgen, während ich sie durchgehe und auch später kompilieren und selber ausprobieren. Zunächst nochmal ein Blick auf das fertige Programm. Das ist eine Desktop-Applikation mit zwei Reglern, einmal für die Geschwindigkeit des Balls, einmal für den Abschusswinkel und links oben ist ein Knopf-Shoot, da kann man den Ball abschießen und in dem Fall kommt der zu früh runter und rollt noch vor dem Torwart, der Lachsfarben dargestellt ist, langsam aus. Wenn wir jetzt die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen und den Winkel gleichzeitig ein bisschen reduzieren, also den Schuss ein bisschen flacher abfeuern, die Shoot-Taste wieder drücken, sehen wir, dass das Ganze ein bisschen besser aussieht. Allerdings ist der Ball immer noch ein bisschen zu kurz. Der Torwart schnappt sich den und es ist wieder kein Tor. Aber dagegen hilft, dass wir ein bisschen stärker in den Ball reintreten, also die Geschwindigkeit erhöhen und schon fliegt er über den Torwart drüber, der keine Chance hat und landet im Tor. Um dieses Spiel jetzt zu programmieren, müssen wir uns erstmal die physikalischen Grundlagen anschauen, nach denen dieser Ball fliegt und zwar ist das Ganze bekannt unter dem Experiment des schiefen Wurfes bzw. der Ball fliegt nach einer sogenannten Wurfparabel und die wird beschrieben durch eine mathematische Gleichung, die einfach zu jedem Zeitpunkt in Sekunden festlegt, wie die x- und y-Koordinaten des Balles sind. Diese Formel sieht im Go-Code folgendermaßen aus. Diese Funktion Chipshot nimmt die Anfangsgeschwindigkeit entgegen, den Abschusswinkel und den Zeitpunkt, an dem ich die Ballposition wissen will, setzt das Ganze in diese Kosinus- und Sinusfunktionen ein und gibt die x- und y-Werte zum vorgegebenen Zeitpunkt an, wenn das Ganze kleiner 0 ist, denn die Parabel kennt ja keine Erdoberfläche und weiß nicht, dass der Ball da nicht eindringen kann, dann setzt diese Formel hier den y-Wert gleich 0. Wie diese Parabelbahnen für unterschiedliche Werte für v und den Winkel a aussehen, kann man schnell feststellen, indem man das Ganze durch einen Plotter jagt. Da habe ich jetzt mal ein paar verschiedene Werte aufgelistet. Das ist jetzt einmal für die Geschwindigkeit von 10 Winkel 45, Geschwindigkeit von 15 Winkel 45 und einmal Geschwindigkeit 10 Winkel 60 und einmal Geschwindigkeit 10 Winkel 30. Wenn wir das Ganze jetzt kompilieren und diese PNG-Datei erzeugen lassen, kann man anhand des Ergebnisses sehen, wie die Geschwindigkeit und der Winkel die ballistische Bahn hier bestimmen. Die rote Kurve zeigt die ballistische Bahn bei einer Anfangsgeschwindigkeit von 10 und einem Winkel von 45, die ist relativ niedrig. Im Vergleich zur zweiten, wo die Anfangsgeschwindigkeit 15 beträgt, auch bei einem Winkel von 45, da geht der Ball viel höher rauf. Bei einem Winkel von 60 Grad geht, wie man in der blauen Kurve sehen kann, der Ball relativ steil nach oben, fällt dann auch relativ bald wieder runter. Und bei einem Winkel von 30 Grad zeigt diese gelbe Kurve am Schluss, dass der Ball eben nicht sehr hoch hinauf geht und sehr bald wieder herunter fällt. Was nun die Animation betrifft, wo dieser Ball in einer scheinbar fließenden Bewegung über den Bildschirm fliegt, das beruht auf einer Illusion und in dem Buch Classic Game Design von Franz Lanzinger wird das schön erklärt, wie das funktioniert, dass nämlich der Game Engine Frames berechnet bis zu 50 in der Sekunde, damit es fließend aussieht und immer nachschaut, was jetzt gerade passiert, ob die Objekte sich bewegen, ob sie mit anderen kollidieren und so weiter. Das Buch selber ist nicht für Linux geeignet, nur für Windows und den Mac, aber vom Prinzip her kann man sich das mal anschauen. Da hat er eine Startfunktion oder eine Updatefunktion und in Update rechnet er immer aus, was im gegenwärtigen Frame passiert. Schauen wir uns mal die Implementierung des Spiels in Go an. Da ziehe ich diese Fine.io Library rein. Das ist so ein Framework für grafische Oberflächen, was wir schon in den letzten paar Snapshots verwendet haben. Und hier sind die einzelnen Elemente des Spiels der Ball, das Tor, der Text, der über dem Tor schwebt, der Torwart, also der Goalie, der Text, der über dem Torwart schwebt, also Goalie-Text, sowie das Canvas-Objekt, was die Spielfläche ausmacht. Hier definiere ich noch ein paar Maße, wie, dass das Spielfeld 1200x800 groß ist, dass das Tor 30 Pixel breit ist und 60 Pixel hoch und auch der Mindestabstand zwischen den einzelnen Elementen, damit nicht der Torwart im Tor drin steht und es völlig unmöglich ist, den Ball reinzukriegen. Die Main-Funktion muss dann eine neue Applikation anlegen mit diesem Fine-Framework und damit nicht jedes Spiel gleich ausschaut, nach dem Neustart des Programms initialisiert es hier den Zufallsgenerator auf die Unix-Seite in Nanosekunden, sodass jedes Mal ein bisschen eine andere Situation entsteht nach dem Neustart. Mit der Funktion New Window aus dem Fine-Paket definiert die Applikation dann ein neues Applikationsfenster und setzt es auf die eingestellte Größe der Torwart. Wird hier Lachsfarben dargestellt, also Light-Sale, man heißt die Farbe, und das Tor wird in Grün auf die Spieloberfläche gemalt. Die Funktion ItemsXPos berechnet den Abstand von Torwart und Tor vom X-Nullpunkt. Also da kommt jedes Mal eine andere Konstellation raus und wenn ein Tor gefallen ist, wird das Ganze wieder verschoben, damit der Spieler neue Situationen ausprobieren kann. Entsprechend, das gilt auch für das Tor, was hier in Light Green gemalt wird. Und wenn wir uns das Ballobjekt anschauen, das ist einfach ein runder Kreis in der Farbe Rot mit einem bestimmten Radius, was hier mit Move platziert wird und mit Resize dann auf die entsprechende Größe eingestellt wird. Der Text, der über dem Tor schwebt, beziehungsweise über dem Torwart, ist eigentlich immer da, aber wird immer nur aktiviert und blinkt ein paar Mal, wenn jeweils ein Tor fällt, beziehungsweise wenn der Torwart einen Ball gefangen hat. Die Funktion New Without Layout des Containerobjekts packt das Ganze dann auf die Spieloberfläche. Alle Elemente werden dann eingezeichnet und dieses Bindingobjekt stellt die Verbindung her zwischen den Slidern, also diesen Elementen, wo man die Geschwindigkeit und den Winkel verändern kann und der Anzeige des Wertes. Hier ist noch eine Widget mit der Anzahl der gefallenen Tore, die immer weiter hochgezählt wird, solange bis der Spieler mal daneben schießt, beziehungsweise der Torwart den Ball fängt und wenn der Spieler den Button Shoot drückt, dann läuft diese Funktion hier ab. Die besteht hauptsächlich auch zum Ausruf von dieser Funktion Animate, die wir gleich noch besprechen werden, weil sie in einem anderen Listing ist. Wenn sie aber Success zurückliefert, also Erfolg, dann ist ein Tor gefallen und Torwart und Tor werden auf eine neue Position gestellt. Egal, ob nun ein Tor gefallen ist oder nicht, der Ball wandert zurück zum Ursprung des Koordinatensystems, damit der nächste Schuss losgehen kann. Hier werden noch die Buttons platziert im Container, in einer Box, die sie übereinander stapelt. Dann ruft das Programm diese Show-and-Run-Funktion auf, was die Eventschleife startet, damit das Ganze losgehen kann und das Programm auf User-Eingaben reagiert. Schließlich zur Funktion Animate, die diese Animation auf den Bildschirm bringt, wo der Ball in dieser Parabel sich bewegt und die startet einfach eine Vorschleife und 100 Mal in der Sekunde mit einer Napzeit von 10 Millisekunden berechnet sie jeweils, was als nächstes im nächsten Frame passiert. Ob der Ball vorwärts sich bewegt oder ob er mit irgendeinem Objekt zusammenstoßt, zum Beispiel also ins Tor geht oder der Torwart das Ganze fängt. Und das ist ganz stumpfsinnig. Also die Position des Balles ist gegeben in Pause für den aktuellen Frame und da schaut er einfach, ob die X-Position innerhalb von dieser Torgrenze ist und die Y-Position und falls es übereinstimmt, dann ist der Ball im Tor beziehungsweise beim Torwart. Am Ende jedes Schleifendurchgangs schläft das Programm dann die Anzahl der Millisekunden, die mit Nap eingestellt sind und geht in die nächste Runde, rechnet also den nächsten Frame aus. Fällt ein Tor oder der Torwart schnappt sich den Ball, dann blinkt dieser Text über den jeweiligen Objekten dreimal auf, was hier mit dieser Vorschleife realisiert wurde. Aus diesen drei Listings Chipshot, Animate und Physics erzeugen wir ein Binary wie unter Go üblich mit Go Build und schon ist das Spiel fertig zum Loslegen. Und das war es schon wieder im Programmier-Snapshot mit Michael Schilly. Ich hoffe, ihr habt gelernt, dass Videospiele keine Hexerei sind, zumindest nicht im Programmier-Snapshot. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF,